Kümmel. Kümmel ist eine wertvolle Gewürzpflanze und eine wertvolle Heilpflanze. Kümmel hat eine starke Wirkung auf die Verdauungsorgane. Kümmel kann auch helfen bei Husten wie auch bei Frauenbeschwerden. Kümmel ist eine ganz klassische Pflanze. Kümmel kommt vorhin in fast allen Klostergärten, Kümmel wird angepflanzt in den Mittelmeerländern und Kümmel wächst auch auf heimischen Wiesen und auch an Wegrändern. Mindestens dann, wenn nicht zu viele Unkrautvertilgungsmittel auf die Felder gebracht werden. Ich spreche hier jetzt besonders vom sogenannten echten Kümmel, der auch als mattenkümmisch bezeichnet wird oder auch als köm, kömen. Er hat auch andere umgangssprachliche Bezeichnungen wie Wiesenkümmel oder Gemeinerkümmel. Es gibt nämlich auch noch andere Kümmelsorten. Es gibt den schwarzen Kümmel und vor allen Dingen gibt es Kumin, den Kreuzkümmel, der in Indien bekannter ist. Der echte Kümmel, also der Wiesenkümmel, über den ich jetzt spreche, ist eine sommergrüne Pflanze. Er ist zweijährig und krautig und erreicht 30 bis 80 Zentimeter Wuchshöhe. Kümmel ist also eine Pflanze, die auch in Deutschland gut wächst und gehört eben auch zu den klassischen Gewürzen in Deutschland. Kümmel blüht typischerweise von Mai bis Juli und hat viele kleine Blüten. Die Samenreife beginnt im Juni und geht dann bis August. Es gibt dort eine sogenannte kahle Spaltfrucht und die sind drei bis sieben Millimeter lang und etwa einen Millimeter breit. Kümmel wird als Gewürzpflanze kultiviert. Er ist vor allen Dingen verwendet in der Küche. Die Blätter des Kümmels haben einen milden Geschmack, wer mit Pels, Silie und Dill verglichen wird. Die Blätter kann man für Suppen und Salate verwenden und man kann sogar die Wurzeln als Gemüse verwenden. Allerdings verwendet man eher die Kümmelsamen. Sie sind ein klassisches Gewürz, insbesondere für schwerverdauliche Speisen wie zum Beispiel Kohlgerichte. Und Kümmel soll eben helfen, dass diese Kohlgerichte besser verdaut werden können. Die Kohlgerichte sind insbesondere gut für alle möglichen körperlichen und geistigen Wirkungen, aber vor allem für den Körper. Bei manchen Menschen blähen sie ihn, wenn man gleichzeitig Kümmel zu sich nimmt oder diesen Kümmel mit dem Kohl kocht und dann hat der Kümmel letztlich eine Wirkung, dass es nicht so bläht. Kümmel regt die Tätigkeit der Verdauungsdrüsen an und er hat eben blähungswidrige und auch krampflösende Eigenschaften. Man kann Kümmel auch verwenden bei Blähungen und Völlegefühl. Er hilft auch bei Krämpfen im Magenbereich, im Darmbereich und Gallenbereich. Er hilft auch bei nervösen Herzbeschwerden und Magenbeschwerden. Man nimmt typischerweise Kümmelsamen auch als Tee. Also man kann Kümmel kochen im Gemüse und dann wirkt es gut. Manche Menschen lieben auch Kümmel in Brot und auch das macht das Brot leichter verdaulich. Man kann aber auch Kümmelsamen als Tee verwenden. Es gibt zum Beispiel auch Kümmel-Anis-Fenschel-Tee und die haben eine sehr gute Wirkung für die Verdauung. Man kann auch das ätherische Öl verwenden und auch das kann man dann in Nahrung hineinträufeln. Kümmel hat eine ganz besonders starke krampflösende Wirkung. Im Kümmelöl gibt es sogar antimikrobielle Eigenschaften und deshalb ist Kümmelöl auch in Mundwässern und Zahnpasten enthalten. Wenn man schlechten Mundgeruch hat, dann kann man auch einige Kümmelfrüchte kauen. Natürlich muss man sich bewusst machen, Kümmel hat einen starken Eigengeschmack. Manche mögen ihn, manche mögen ihn nicht. Die Kümmelpflanze gilt auch in größeren Mengen zu sich genommen als kaum giftig, aber Kümmelöl kann auch hautreizend sein. Ja, soweit zum Kümmel, einer der wichtigsten Heilpflanze und auch Gewürzpflanze. Kümmelöl, Kümmelpflanze, Kümmelkraut, Kümmelsamen, Kümmelwurzeln, all diese können verwendet werden und wohltuend sein.